...zeigten gleich, dass sie nach Dortmund auch beim Spitzenreiter gewinnen wollten. Flipsen mit schönem Solo legt quer auf Hausweiler. Das 0 zu 1 nach nur 16 Spielminuten. Die beste Chance des Spitzenreiters bis dahin, Wagners Freistoß an die Latte und Schönbergs anschließender Kopfball. Gladbach wesentlich zielstrebiger, Effenberg mit Spielgestalterpass auf Pettersson und der macht gar das 0 zu 2. Kurz vor der Pause, Lautern am Boden. Friedl Rausch und sein Dank an den, der den Traumpass gespielt hatte, Stefan Effenberg. Gerade als sich der gute Friedl schon in Richtung Kabine orientierte, es war ja praktisch schon Halbzeit, passierte dies. Wagners Schuss wird abgeblockt, Marschall aus dem Hintergrund, der Anschlusstreffer. Lautern nun natürlich motiviert, da geht noch was in den zweiten 45 Minuten. Rissdorf, Volley, Kamps kann nicht festhalten und einer stochert nach und ins Tor. Wer war's? Natürlich wieder Olaf Marschall. Otto reichte das aber nicht, wollte, wenn ich das richtig deute, noch mehr. Und er bekam auch mehr. Die Nachspielzeit. Flanke reich, Kopfball und der ist drin. Olaf Marschall. Der eine kann's nicht fassen, die anderen können nicht von dem Tor schützen lassen. Der Olaf kann sofort hinstellen, er köpft da rauf oder schießt da rauf und bis drin, sensationell. Ein Wort zu Olaf Marschall. Der Olaf gehört zu uns beim FCK. Er ist da zum Tor, der schießt und heute hat er sich da bewiesen. Und wie, gleich dreimal hat er getroffen. Eigentlich Wahnsinn, bei ihm heißt das Aufgabenerfüllung. Ich sag mal, wenn du drei Tore machst, dann hast du vieles richtig gemacht. Ich meine, egal ob das andere jetzt geklappt hat oder nicht. Ich meine, du hast das Spiel entschieden und hast da im Endeffekt deine Aufgabe irgendwo erfüllt. Und deinen Trainer die höchste, extatische Kickerlust erleben lassen.